Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem YouTube-IT-Kanal. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. In diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man bei Windows 10 die automatischen Updates ein- und ausschaltet, also aktiviert und deaktiviert. Hier drüben auf dem Notebook, da hatte ich Windows 10 neu installiert, von so einem USB-Stick von Microsoft runtergeladen und da wollte es direkt erst mal Updates machen, da hatte ich aber jetzt keine Zeit für und da zeige ich jetzt mal, wie man das ausschalten kann. Bei Windows 7 konnte man früher hier bei Windows Update die automatischen Updates ausschalten, da gab es da eine spezielle Option für. Das gibt es bei Windows 10 nicht mehr, hier kann man nur noch nach Updates suchen, das heißt, wenn man die automatischen Updates ausschalten möchte, da muss man hier einen Trick anwenden. Die Voraussetzung, dass ihr euer Windows Update deaktivieren könnt, ist, dass ihr mit WLAN ins Internet geht, wie hier bei dem Notebook der Fall. Wenn ihr euren Rechner oder euer Notebook hier mit so einem Ethernet-Kabel anschließt, dann funktioniert der Trick oder der Workaround nicht. Hier bin ich jetzt in den Einstellungen, in den Windows 10 Einstellungen für die Updates, da kann man nichts verändern, da gehe ich mal hier zurück. Hier habe ich diese Gesamtseite, da sehe ich dann Systemgeräte, Netzwerk und Internet und ich klicke hier oben auf Netzwerk und Internet und sehe hier meine WLAN-Verbindung. Um hier jetzt die automatischen Updates auszuschalten, brauche ich erstmal eine Internetverbindung per WLAN. Das habe ich hier, WLAN ist eingeschaltet, ich bin mit dem Netzwerk verbunden, also habe das Passwort eingegeben, das ist ganz wichtig und dann klickt man hier auf erweiterte Optionen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann erscheint hier bei Einstellungen von dem WLAN diese Option getaktete Verbindung und die ist normalerweise auf Aus. Ich habe die schon vorher auf eingeschaltet und jetzt lädt Windows keine Updates mehr runter. Wenn man bei getaktete Verbindungen den Schalter auf Ein hat, dann geht Windows 10 davon aus, dass man für die Internetverbindungen bezahlt, und zwar für den Download jeweils bezahlt, wie bei einem Mobilfunkprovider, wo man halt nur ein gewisses Kontingent hat, dann geht Windows davon aus, dass man keine Flatrate hat und lädt auch entsprechend erstmal keine Updates runter, die ja riesig groß sein können. Hier in dem anderen Fenster habe ich mal Wireshark gestartet und lasse mir mal hier den Netzwerkverkehr anzeigen. Also hier habe ich mal was runtergeladen, das hat mit den Downloads nichts zu tun, um mal einen Vergleich zu haben und wie man hier sieht, ist da eigentlich gar kein Internetverkehr vorhanden momentan. Jetzt schalte ich mal die getakteten Verbindungen aus und Windows müsste gleich von selbst anfangen nach Updates zu suchen. Jetzt habe ich mal einigen Minuten gewartet und gar nichts gemacht und jetzt gucke ich mal hier mal dieses Fenster an von Wireshark, wo die Downloads angezeigt werden oder der Internetverkehr, und da tut sich sofort was, und zwar sehr viel. Hier drüben habe ich mal OpenOffice runtergeladen, vor ungefähr einer halben Stunde, das sind ungefähr 200 Megabyte, die da runtergeladen wurden, nicht ganz, und wie man sieht, ist jetzt irgendein Prozess im Hintergrund aktiv, wahrscheinlich der Update-Prozess, und der lädt jede Menge Sachen runter, und zwar hatte ich das hier unten ausgeschaltet. Jetzt sind ungefähr 20 Minuten vergangen und wie man hier sieht, wurden im Hintergrund eine ganze Menge Daten runtergeladen, also das hier waren ungefähr so 200 Megabyte, dann dürften das auch hier so 200, 300 Megabyte sein, und hier unten ist die Zeit und hier oben ist die Anzahl der Pakete, die runtergeladen wurden, und hier an diesem Punkt hatte ich die getaktete Verbindung ausgeschaltet und dann ging es sofort los mit dem Runterladen. Ich gucke jetzt hier mal nach bei den Updates, da gehe ich mal in den Windows-Einstellungen zurück und klicke hier unten auf Update und Sicherheit. Hier hat sich jetzt erst mal gar nichts getan, hier steht immer noch nach Updates suchen und da klicke ich mal drauf. Windows Update lädt jetzt jede Menge Updates runter, hier dieses Update für Windows 10, dann haben wir noch ein Tool zum Entfernen bösartiger Software und so weiter, und da gucke ich mir das Ganze noch mal in Wireshark an und da sieht man hier, das ist der Punkt hier in der Zeitachse, wo ich auf jetzt nach Updates suchen geklickt habe und ich gucke mir das mal im Explorer an. Die Updates werden runtergeladen in den Ordner C, Windows und dann Software Distribution, da gibt es zwei Ordner, einmal hier der heißt Delivery Optimization und dann gibt es einmal einen Ordner der heißt Download. Hier sieht man den Ordner Download, da lädt Windows die ganzen Updates runter und speichert die in dem Ordner und jetzt haben wir ungefähr 12.30 Uhr und die ganzen Ordner, die jetzt hier zu sehen sind, die sind alle von 12.27 Uhr, 26.25 Uhr, also zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, die runterzuladen. Hier bin ich jetzt im Ordner Delivery Optimization und da sind verschiedene Ordner drin, wiederum, die sind von ungefähr 12.09 Uhr und das war der Zeitpunkt, wo ich die getaktete Verbindung ausgeschaltet habe. Einer dieser Ordner hat eine Größe von 187 Megabyte, der ist von ungefähr 12.09 Uhr, also genau zu dem Zeitpunkt erstellt worden, wo ich die getaktete Verbindung ausgeschaltet habe und das sind wahrscheinlich diese Daten, die da im Hintergrund runtergeladen wurden. Windows 10 lädt nicht nur Updates runter hier auf diesen Rechner, auf dieses Notebook, sondern lädt ihr auch gleichzeitig wieder hoch, es sei denn, ihr stellt was anderes in den Einstellungen ein und da klicke ich hier mal auf Update und Sicherheit und hier unten auf Erweiterte Optionen. Bei dem Punkt Installationsart für Updates auswählen gibt es hier unten den Update Verlauf anzeigen und dann die Übermittlung von Updates auswählen, da klicke ich mal drauf und dann habe ich hier den Punkt Updates von mehr als einem Ort. Hier bei dieser Option kann ich auswählen, ob Windows die Updates, die es hier auf das Notebook runtergeladen hat, wieder ins Internet hochlädt und an andere Rechner verteilt. Das bedeutet dann, dass andere Rechner, die irgendwo auf dieser Welt stehen, die Updates für Windows 10 nicht vom Microsoft Server bekommen, sondern von eurem Rechner, von eurem Notebook, also von diesem Notebook und das schalte ich jetzt mal aus. Wenn ihr diese Form der Update Verteilung aktiviert habt, dann werden von eurem Notebook jederzeit, man kann sich das nicht aussuchen, das macht Microsoft automatisch, Updates und Dateien wieder hochgeladen. Das geht natürlich alles auf Kosten eurer Internetverbindung, das macht euer Internet langsamer. Das heißt also hier diese Netzwerk Aktivität, das war das Runterladen von den Updates, das sind ungefähr 400 Megabyte, nachdem ich hier zu diesem Zeitpunkt auf den Knopf jetzt Updates suchen geklickt habe. Und hier diese Netzwerk Aktivität, das war das Runterladen von irgendwelchen Updates oder das Hochladen von irgendwelchen Updates an andere Rechner im Internet, nachdem ich hier die getaktete Verbindung deaktiviert hatte. Hier ganz links hatte ich mal OpenOffice runtergeladen, da war die getaktete Verbindung deaktiviert. Das sind ungefähr so 200 Megabyte gewesen. Das hatte ich mit dem Google Chrome gemacht, das ist nicht im Video zu sehen. Und da sieht man mal hier, was im Hintergrund an Netzwerk Aktivitäten bei Windows 10 stattfindet, was man so gar nicht mitbekommt. Wenn ihr auf eurem Rechner also Probleme habt mit eurem Internet, dass die Verbindung ab und zu zusammenbricht oder dass der Download von irgendwelchen Programmen sehr langsam ist oder wenn ihr im Internet surft, dann müsst ihr einmal diese Übermittlung von Updates richtig einstellen. Das heißt ausschalten, dass euer Rechner oder Notebook keine Updates mehr an andere Rechner im Internet verteilt und dann könnt ihr die WLAN Verbindung auch auf getaktet umstellen. Dann habt ihr es in der Hand, wie die Updates runtergeladen werden und vor allem wann. In einem anderen Video zeige ich, wie man bei Windows 10 die Update Downloads in der Bandbreite begrenzt. Das heißt, die Updates werden nach wie vor im Hintergrund runtergeladen. Das ist ja durchaus ganz sinnvoll, nur nicht mehr so viel in so kurzer Zeit, sondern das wird über einen längeren Zeitraum verteilt. Dadurch bleibt euer Internet stabil, da fallen keine Rechner mehr aus und ihr könnt auch mit anderen Rechnern, die ihr im Netzwerk betreibt, nach wie vor online gehen. Wenn ihr in eurem Netzwerk mehrere Rechner, mehrere Notebooks, mehrere Tablets oder Handys im Betrieb habt und ein Gerät davon ist Windows 10 und ihr habt ab und zu mal solche merkwürdigen Internetausfälle, wo die Daten nur noch tröpfchenweise rüberkommen oder nichts mehr hoch- oder runterzuladen ist, aber das DSL trotzdem da ist, dann schaut euch mal auch dieses Video an. Blende ich hier oben mal die Infokarte ein. Das ist vielleicht eine Lösung für euer Problem. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch einfach einen Daumen hoch und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die einfach unten in die YouTube Kommentare. Da antworte ich gern drauf. Besucht auch einfach mal die Seite tooltime.de, da findet ihr dann diesen Artikel mit weiteren Bildern, mit Tipps und Tricks und Hinweisen, was man noch im Windows so einstellen kann. Hier oben blende ich noch ein paar andere Infokarten ein zu Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut und repariert, wie man Drucker auseinanderbaut und repariert, wie man Windows-Probleme beseitigt. Schaut euch einfach mal um, da sind bestimmt auch noch Videos für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Hallo und willkommen zu dem Video. Toll, dass ihr es angeklickt habt. In diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man ein Smart-TV mit 4K-UHD-Auflösung, also 3840x2160 Punkte, an einen PC oder einen Notebook anschließt mit Intel HD Graphics, also ohne eigene Grafikkarte, wo die Grafikkarte im Intel-Prozessor, in dem Pentium oder in dem Core i3 eingebaut ist. Hallo und willkommen zu dem Video. Toll, dass ihr es angeklickt habt. In diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man einen Brother-Tintenstrahldrucker, so einen MFC oder DCP, also einen Drucker oder ein Fax oder so ein Multifunktionsgerät, wie man das reinigt, wie man das überprüft und wartet, bevor da irgendwelche Fehlermeldungen auftreten und damit die nicht auftreten oder was ihr machen könnt, wenn da welche auftreten.